Sagt ihr es mir? Das war ein Schwindel? Mein Freund hier ist ein engagierter Mann. Jahrelang waren wir auf der Suche nach der Waffe verfeindet. Aber jetzt nicht mehr. Warum? Weil sie mich belogen haben. Wer? Wer hat sie belogen? Wer mich belogen hat? Ja. Welche Rolle spielt das? Ich habe ein paar Nachforschungen über sie angestellt. Nichts Interessantes. Und dann, als der Name Thomas Wyatt fiel, wurden sie plötzlich hellhörig. Naja, er hatte jedenfalls einen Sohn namens James, etwa ihr Alter. Unterbrechen Sie mich, wenn es bei Ihnen klingelt. Thomas Wyatt war Ihr Vater, richtig? Sie flippten aus, als Sie rauskriegten, dass die Regierung für sein Tod verantwortlich war. Die Regierung hat sie belogen, stimmt's? Ich hatte alles vergeben. Bis ich hörte, dass Sie von der Waffe wussten. Dann nicht mehr. Und darum muss dieses Land ausgerischt werden. Sie sind doch irre. Sie können nicht einfach eine Nation aus Rache zerstören. Ich nicht. Richtig. Aber er kann's. Ich kann's. Das Kamer und ich haben Frieden geschlossen. Also beeilt euch! Die Welt muss gerettet werden! Und Haggirch! Danke für die Zigaretten, Mann! Nein! Marschhoff! Raus hier! Los! Wer gerettet, einer tot! Willkommen in Battlefield Bad Company 2! Ich stümper mal weiter! Sterben, verrecken, verrecken, sterben! In dem schießen, sterben! So in der Reihenfolge! Oder auch nicht! Na los! Ja! Und jetzt, Sarge? Wir haben Ihnen gerade den letzten Teil der Waffe frei ausgeliefert, also keine Ahnung. immer ich ich glaube ich weiß einen schießen die anderen stehen einfach nur da Schnauze da unten. Wow. Wo bleibe ich denn hier hängen? Ich will hier rüber laufen. Hier? Ich bleibe hier einfach hängen. Hier, ich will nach links laufen und es geht nicht. Ich glaube, ich glaube, ich bin da. Ich bin da vorne. Ich bin da vorne. Ich bin da vorne. Ich bin da vorne, ich bin da vorne, ich bin da vorne. Ein, ich bin da vorne. Schau! Halt! Halt! Das war's für heute. Wir sind in Deckung! Du hast ihn erwischt! Ja, ich würde mich hier gern bewegen, aber... Okay, du hast geschossen. Dadurch, dass sie gescriptet sind, bin ich natürlich voll reingelaufen. Jetzt! Los, los, los! Los! Los, los, los! 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 Oh, Mann! Scheiße! Riecht das! Scheiße! Also! Das muss man hier sein! Ah, verdammt! Fünf, sechs Leute und das sollst du alleine schaffen. Die kriegen ja... Die könnten ja oben ein bisschen schneller laufen und dann hier... Ich hab's jetzt zu viel rum! Okay! Bei der Absicherung kommt die die eine rein. Oder den Feuerguck in den Ruhmung kommt schnell zu Schwaben! Volltreffer! wir könnten aber auch mal feuern ne schön dass er auch euch bewegt kommt da nicht dieser komische panzerwagen da oben feindliche fahrzeuge uhr seid ihr denn doof er trifft mich von dahinten und schleudert mir so weit da in die fresse unglaublich und hier steht da vor dem pisser seid wichser seid ihr nicht mehr ja ja Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ich werde hier hinten getroffen Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist das? Was stimmt aber das nicht? Feind von oben! Feindliche Fahrzeuge legen sich los! Ihr wollt mich doch verkacken, oder? Was trifft mich denn da, bitteschön? Ich hab doch gerade einen Headshot verpasst! Das macht mich irre! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der kommt da einfach rüber gerannt! Zauber, gute Arbeit! Was ist das? Was ist das? Jetzt sollten wir sie aber haben! Was ist das? 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 Ihr wollt mich doch echt verkackern! Da steht sogar noch ein Typ genau vor mir! Tolles Spiel, ehrlich! Ausbalanciert bis zum geht nicht mehr! Man trifft den Heli nicht immer richtig! Der schießt doch! Schaut euch das an! Ja! Der läuft bis davor! Obwohl die anderen dastehen und den eigentlich wegputzen könnten! Ihr Wichser hier! Man müsste euch echt mal in da reinhauen! Batsch! Batsch! Maul halten! Na ja! Du hast den Fuß, wir können hier rein! Was ist mit dem Loch? Die rennen vor und ich wäre hinten getroffen. Ah, ich zieh mich nicht. Sie haben mich festgenagelt. Wer ist hinüber? Ich zieh mich nicht. Siehst du nichts, dann sieh auch nicht. Lass uns deinen Weg hier durchfinden. Ich will nicht geschnappt werden. Schaffen blöd. Wäre eine Hilfe wert gewesen. Fucking shit is whole, ehrlich. Ich weiß nicht. Ich bin von der Wieser-Hinsicht ab. Ja, ist schön. Ich bin von der Wieser-Hinsicht. Das ist so unglaublich. Das ist so weit von unglaublich. Schluss.